Über morgen. Dein Podcast von InsideDigital. Was wäre, wenn das, was wir sehen und hören, nicht echt ist? Was wäre, wenn Stimmen, Gesichter und ganze Persönlichkeiten digital nachgebildet werden könnten? So träuschend echt, dass wir es nicht mehr unterscheiden können. Diese Fragen sind nicht länger reines Science-Fiction. Sie sind heute relevanter denn je. Denn heute geht es um ein Thema, bei dem die Grenzen zwischen Realität und Fiktion immer weiter verschwimmen. Deepfakes. Hallo zu unserer Spezialfolge am Samstag, das ganze Gespräch. Wie weit reicht die Macht der KI wirklich und welche Verantwortung tragen wir im Umgang mit ihr? Das kann uns Martin Fürtsch beantworten. Martin ist IT-Berater bei TNG Technology Consulting. Hallo Martin. Hallo Johanna. Du bist ja nicht nur in der Entwicklung von Open Source Software tätig, sondern du bist ja auch auf internationalen Konferenzen viel unterwegs und redest dort über künstliche Intelligenz, über das Internet der Dinge und über Deepfakes. Und heute gibst du uns genau in diese Welt Einblicke. Kannst du dich eigentlich selbst noch daran erinnern, wann du das erste Mal mit einem Deepfake in Berührung gekommen bist und was vielleicht so dein erster Gedanke dazu war? Ja, also das erste Mal mit Deepfakes bin ich tatsächlich in Kontakt gekommen im Jahr 2017. Das war auch in etwa der Zeitpunkt, wo der ominöse Reddit-Thread geöffnet wurde, wo eine Person namens Deepfaker die ersten Videos veröffentlicht hat, wo Deepfakes vorkamen. Was hast du gedacht, als du das gesehen hast? Ja, verrückt. Also, ja, absolut verrückt und natürlich auch baff gewesen, was da möglich ist. Man muss natürlich dazu sagen, die Videos, die zuerst veröffentlicht wurden, die waren halt not safe for work, wie man so schön sagt, weil der Autor der Software versuchte im Prinzip die Lieblingsschauspielerinnen, die er da so hatte, in ein anderes Genre zu verfrachten, wo sie eigentlich nicht hingehören. Du hast es auf jeden Fall sehr konservativ ausgedrückt. Jetzt finde ich die nächste Frage ganz interessant, weil wie bist du denn darauf nachgekommen zu sagen, hey, mit genau dieser Technologie möchte ich mich beschäftigen? Naja, also wir haben zu Forschungszwecken uns die ganzen erzeugten Videos mal genauer angeschaut und wollten dann halt einfach verstehen, wie funktioniert das überhaupt? Irgendwann wurde die Software Deepfakes Lab bei GitHub hochgeladen, also sie war dann frei verfügbar und wir haben in unserem sogenannten Innovation Hacking Team bei uns in der Consulting Firma TNG, haben wir uns überlegt, ja Moment mal, ja könnten wir das eventuell echtzeitfähig machen? Weil der Prozess damals war ein, ja, ich nenne es jetzt mal ein Post-Processing-Prozess. Das heißt, du brauchtest erstmal ein Video, ein Originalvideo und dann brauchtest du ein Video, praktisch von einer Person bestenfalls, mit guten Aufnahmen von dem Gesicht, mit verschiedenen Mimiken, damit man ein neuronales Netz trainieren konnte, also eine KI trainieren konnte. Und damit das dann nachträglich, nachdem das alles trainiert wurde, konnte man dieses gefälschte Video erzeugen. Und wir haben uns die Frage gestellt, ja Moment, können wir das Ganze in Echtzeit machen, ohne dass zum Beispiel jetzt, wenn du vor einer Kamera stehst, extra das neuronale Netz auf dein Gesicht in irgendeiner Weise vorbereitet wäre. Und das war praktisch so ein bisschen unser Forschungsdrang an der Stelle. Wir wollten einfach wissen, geht das? Das hat tatsächlich auch zu Diskussionen bei uns geführt, weil wir uns absolut darüber im Klaren waren, dass das jetzt kein Thema ist, was man einfach leichtfertig bearbeitet. Und wir haben dann halt beschlossen, nach einer längeren Diskussion, wenn wir da was machen und vielleicht etwas herausfinden, dass wir das dann auf jeden Fall auch veröffentlichen müssen, also dass wir die Ergebnisse veröffentlichen in Form von Achtung, das geht. Wir haben einen Beweis, damit wir auch die Menschen aufklären können. Hintergrund ist, wir halten es da wie Karl Bergström, Professor Karl Bergström von der University of Washington. Der hat damals gesagt, wenn eine Technologie wie diese herauskommt, dann ist halt die gefährlichste Zeitspanne die, wenn die Technologie draußen ist, aber die Öffentlichkeit nicht weiß, dass sie existiert, weil dann kann sie am effektivsten benutzt werden. Das heißt, das haben wir intern diskutiert, haben uns darauf geeinigt, dass wir das dann machen würden. Und so ist es dann auch geschehen. Jetzt hast du ja schon so gut angetesert, ob ihr das geschafft habt oder nicht in eurer Initiative Innovation Hacking. Kannst du es kurz beantworten, bevor ich die nächste Frage stelle? Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben im Jahr 2018 damit begonnen, den gesamten Quellcode von Deep Facelab zu analysieren, zu verstehen, was da passiert ist. War teilweise sehr schwierig, der Code war teilweise sehr schwer verständlich und haben uns dann da reingefuchst bei einem Firmenretreat. Und da haben wir uns im Prinzip eingeschlossen in einem Hotelzimmer und haben dann wirklich die Köpfe zusammengesteckt. und haben dann im Jahr 2019, wenn ich mich richtig erinnere, dann die ersten Pressemeldungen sind dann tatsächlich gekommen, wo dann praktisch gesagt wurde, ja, es geht, es geht. Genau, und ihr zeigt das ja auch. Ihr habt ja auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo man das auch anschauen kann. Eure Arbeit ist das, was du gerade so beschrieben hast. Ist das so die Idee eurer Initiative von Innovation Hacking? Oder geht es auch nicht nur um die Technik, sondern auch um diese Diskussion, was machen wir damit und welche Verantwortung haben wir vielleicht auch damit? Ja, also das Innovation Hacking hat sich bei uns gegründet aus einem dummen Zufall. Es war im Jahr 2012. Ich habe eine Hardware von einem Startup-Unternehmen zugeschickt bekommen, eine 3D-Kamera. Und die meisten Leute haben dann immer so Minority Report Software geschrieben. Das heißt, mit der 3D-Kamera irgendwelche Windows-Fenster verschieben und so weiter. Und mein Kollege Thomas Endres, der ja auch aktuell Geschäftsführer in der Firma ist, der war damit dabei und hat das Gerät gesehen und hat gefragt, Martin, was ist denn das? Und ich sage, eine 3D-Kamera. Und ja, was willst du damit machen? Da habe ich gemeint, ja, ich will einen Synthesizer damit fernsteuern. Dann habe ich im Prinzip einen Therimin auf Basis einer 3D-Kamera. Ganz toll. Und er hatte zu dem Zeitpunkt einen Quattrocopter dabei. Also was haben wir gemacht? Wir haben in vier Stunden eine Software geschrieben, mit der wir dann berührungslos einen Quattrocopter, also ein echt, ein Real-World-Object sozusagen, fernsteuern, berührungslos ohne Fernbedienung. Und daraus ist das entstanden, weil auf einmal kam die Nachfrage nach, ey, kannst du mal einen Vortrag darüber halten, wie ihr das gemacht habt? Und dann kamen noch mehr 3D-Kameras hinzu und dies und das. Und dann war es ein Selbstläufer, das Innovation-Hacking. Wir haben typischerweise 10% unserer Arbeitszeit frei zur Verfügung, wo wir an solchen Themen arbeiten können. Zugegeben, bei Thomas und mir ist es vielleicht ein bisschen mehr geworden mit der Zeit. Und seit 2017 sind wir ganz stark im Bereich der KI dann tätig. Du hast gerade gesagt vier Stunden. Und eben hast du erzählt, ihr habt für die Echtzeit-Deepfacts euch mal eingeschlossen für einen Retreat. Das klingt alles so nach, das ging ziemlich schnell. Also hat euch irgendwie euer eigener Fortschritt bei Innovation-Hacking auch irgendwie ein bisschen überrascht? Also vor ein paar Jahren waren Deepfacts ja recht einfach zu erkennen. Und mittlerweile hat sich die Technologie ja so schnell entwickelt. Ging das schneller als erwartet, auch bei euch? Jein. Als wir den ersten Prototypen gebaut haben, da ist richtig Zeit reingeflossen. Da waren wirklich viele Kollegen und Kolleginnen involviert, um erst mal zu verstehen, wie funktionieren diese Deepfakes mit dem alten Deepfake-Lab-Ansatz. Wir haben da doch sehr, sehr viel Zeit reingesteckt. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Personenjahre es am Ende sind. Aber das ist schon ordentlich gewesen. Was überraschend war, war den Qualitätssprung, den wir ja bei TNG erarbeitet haben im Innovation-Hacking-Team. Wir hatten 2019 den Prototypen öffentlich vorgestellt. Und da hat man noch sehr, sehr gut gesehen, dass das Deepfakes sind, die zwar in Echtzeit sind, aber das hat man sofort gesehen, dass da viele Sachen nicht gestimmt haben. Die Details in der Haut, die waren faktisch gar nicht richtig vorhanden. Wenn man mal gelächelt hat oder mal so ein bisschen stärker das Gesicht verzogen hat, da gab es dann komische Verzerrungen oder auch wie zum Beispiel die Haare. Stellt euch mal vor, ich habe jetzt also eine Klatze und jetzt stellt man sich vor, man hätte den Donald Trump als Deepfake in Echtzeit, dann würden dem seine Haare auf meine Klatze projiziert werden. Das sah so unecht aus, das war unfassbar. Und dann haben wir natürlich, ich habe ja schon gesagt, wir wollten ja dann Vorträge halten, um schon mal darauf hinzuweisen, was jetzt auf uns zukommt. Weil das war ja klar, das ist ja nur ein aktueller Snapshot, das ist ein Schnappschuss vom Aktuellen. Und zwar völlig klar, dass es weitergehen wird. Aber wo wir richtig daneben lagen, war bei der Einschätzung der Geschwindigkeit. Wir haben also einen Vortrag gehalten auf so einer sogenannten Nerd Night oder so einem Science Slam, da sind wir auch gerne mal unterwegs, weil da erreicht man auch mal Leute, die vielleicht nicht nur IT-spezifisch unterwegs sind, sondern einfach nur naturwissenschaftlich interessiert oder Sozialpädagogik interessiert. Oder, oder? Also einfach, die so ein bisschen weltoffen sind. Und da waren Redakteure vom ZDF, von Leschs Kosmos dabei. Und die haben gefragt, wow, das ist ja der Hammer, was ihr da gemacht habt. Da könnten wir doch mal eine Folge mit dem Professor Dr. Harald Lesch machen. Und wir natürlich, ja klasse, das ist ja cool. Jetzt kommen wir endlich ins Fernsehen. Und dann kam Corona. Und damit wurde der Sendeplan und alles geändert. Es gab dann erst mal andere Folgen, die wichtiger waren, wie zum Beispiel über den Coronavirus. Und dann wurde ungefähr ein Jahr lang nicht mehr viel gemacht, sage ich jetzt mal. Also da gab es halt jetzt keine größeren Sachen, die wir, es gab zwar andere Sender, RTL Aktuell kam mal vorbei, NTV kam mal vorbei, für ihre Nachrichtensendungen und so weiter. Aber die Leschs Kosmos Sendung wurde erst mal hinten angestellt. Und jetzt kommt der Knaller. Das heißt, wir haben jetzt auf einmal ungefähr ein Jahr lang mehr Zeit gehabt, uns das Thema anzugucken. Und in der Zeit sind auf einmal neue, ja, ich nenne es jetzt mal neuronale Netze rausgekommen. Zum Beispiel von Google gab es dann dieses Media Pipe. Das ist eine Software, die sehr, sehr gut zum Beispiel in der Gesichtserkennung ist. Und dann haben wir also diesen Ansatz der Erstellung von Echtzeit-Deepfakes, also die Architektur dahinter, komplett über den Haufen geworfen und neu gemacht, die dann rechtzeitig dann zu der Leschs Kosmos-Folge dann führen sollte. Und das war dann, glaube ich, im Jahr 2021, wenn ich mich richtig erinnere. Und da haben wir einen Qualitätsvorsprung erreicht, den hatten wir eigentlich gesehen in einem Zeitraum von fünf bis zehn Jahren später. Das heißt, wir haben jetzt in zwei, drei Jahren einen Vorsprung gehabt, den wir eigentlich in zehn Jahren gesehen haben. Das heißt, so sind wir auch nicht mehr so viel weiter von Echtzeit-Deepfakes mit fotorealistischen Ergebnissen. Vermutlich. Es bleibt abzuwarten, wie es sich weiterentwickelt. Ich möchte hinzufügen, dass wir die Software nicht veröffentlicht haben. Das war auch die Entscheidung. Wir wollen das auf gar keinen Fall öffentlich zur Verfügung stellen. Was wir wollten, wie ich ja bereits mehrfach sagte, wir wollten unsere Erkenntnisse teilen, damit wir auch einfach unseren Anteil leisten können in der Bevölkerung, darauf vorzubereiten, was da kommen könnte. Darum soll es jetzt nämlich auch gehen, weil sowohl bei Deepfakes, das Erste, woran man denkt, sind irgendwie genau die Nachrichten, was geht alles, wo kann man manipulieren, wo gibt es vielleicht auch Gefahren. Was braucht man für Deepfakes, Martin? Hast du mal so ein Rezept? Ja, was braucht man? Also was braucht man für Deepfakes? Wenn ich jetzt einfach mal unseren Ansatz sozusagen anschaue, wir brauchen im Prinzip Videomaterial von den Personen, die wir gerne faken möchten. Und das sollten dann idealerweise Aufnahmen sein, die qualitativ sehr hochwertig sind, die am besten auch unter verschiedenen Beleuchtungsszenarien aufgenommen werden. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, die Gestiken, die Mimiken, die man machen kann. Man sollte da wirklich alles durchspielen, von weinen bis traurig sein, bis zornig gucken und so weiter und so fort. Weil je mehr verschiedene Mimiken wir von der Person, die wir faken möchten, haben, desto realistischer können die Fakes auch werden. Damals bei Lesch's Kosmos hatten wir die Aufgabe, dass wir Harald Lesch mit dem Gesicht von, also auf das Gesicht von Dirk Steffens legen. Dirk Steffens von Terra X, ne? Und das heißt, wir brauchten jetzt von beiden qualitativ hochwertige Aufnahmen. Das ist natürlich für ein Studio wie ZDF überhaupt kein Problem. Das konnten die uns problemlos in einer absoluten Top-Qualität liefern. Und wir haben natürlich auch andere Leute trainiert sozusagen, also andere neuronale Netze mit bestimmten Personen. Und was halt aufgefallen ist, wenn man die Leute fragt, ja, nimm doch mal ein Video auf, zwei, drei, vier, fünf Minuten, ja. Was immer wieder aufgefallen ist, dass die Leute nicht aufnehmen, wenn sie die Zunge rausstecken in das Trainingsmaterial. Aber wenn man Leute fragt, ja, komm, stell dich mal vor die Kamera und schau mal, seh mal aus wie Harald Lesch. Das Erste, was Leute aus Reflex ganz oft machen, ist die Zunge rausstecken. Und das neuronale Netz weiß natürlich an der Stelle nicht, was es jetzt machen soll. Ja, es kann, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, nur statistisch raten, was es machen soll. Und das sieht dann meistens halt total unecht aus. Aber, ja, okay, wir haben die Aufnahmen oder beziehungsweise haben Bilder mittlerweile. Und dann fehlt ja eigentlich nur noch die Software. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass es im Internet dafür ja auch schon kostenfreie Software gibt. Dann braucht ja nicht, sag ich mal, euer schon Endmodell, ich nenne es jetzt mal so. Also ich kann deinen Kopf zum Beispiel auf Olaf Scholz draufsetzen. Das geht recht einfach mit ein bisschen Zeit und einem normalen Laptop. Damit kann ich auch schon jetzt mittlerweile ganz gute Deepfakes erstellen, oder? Ja, genau, richtig. Die meisten Deepfakes, die man so kennt, die mit, also Deepfacelab, ja, das sagt man ja, dass ungefähr 95 Prozent weltweit der erzeugten Deepfakes wird mit Deepfacelab gemacht, weil die Qualität, die ist unbeschreiblich gut. Aber das ist halt dieser Post-Processing-Ansatz. Also das ist das, was man danach macht. Das ist wirklich, du musst erst das neuronale Netz trainieren und dann kannst du erst das finale Video erzeugen. Und je länger man das trainieren lässt, desto besser ist die Ausgabe, das Ergebnis. Bei Deepfakes muss man immer ein bisschen aufpassen. Nicht alles, wo ich einen fremden Kopf draufsetze, das ist nicht gleich ein Deepfake. Das Deepfake, der Begriff rührt daher, dass es von einem sogenannten Deep Neural Network erzeugt wird. Deep Learning ist praktisch das, was zu einer Explosion in der künstlichen Intelligenz seit den späten 2000er, 2010er Jahren oder frühe 2010er Jahre im Prinzip geführt hat. Da gab es ja das Paper von der University of Toronto über Deep Learning im Jahr 2006. Und danach ging es ja dann los. Die Grafikkarten wurden immer besser. Wir hatten die Möglichkeit, dann sogenannte Tensoren zu benutzen für die KI, für die Inferenz. Jetzt benutze ich schon wieder zu viele Begrifflichkeiten. Aber da hat sich halt einfach unglaublich viel getan. Und jetzt haben wir ja gesagt, das Rezept, also einerseits brauchen wir Videomaterial von den Leuten, die wir faken wollen, aber der einfache Ansatz, wie er bei uns geschieht, ist folgendes. Wir nehmen ein Videoframe her aus dem Echtzeit-Videostream. Darauf machen wir eine Gesichtserkennung mit diesem sogenannten Media-Pipe. Das habe ich ja schon vorhin kurz erwähnt. Und damit kann man, ich möchte mich gerade nicht festlegen, ich glaube, es waren 468 Bildpunkte im Gesicht, kann man feststellen. Ja, und auch wo der Mund ist, wo die Augen, die Augenlider und so weiter. Und dann machen wir eine sogenannte Face-Segmentation. Das bedeutet, wir versuchen jetzt jeden Pixel herauszufinden, der zum Kopf gehört. Also das, was gehört alles zum Kopf? Die Haare, wenn man welche hat, nicht so wie ich. Der Bart vielleicht noch, ja. Und alles, was halt dazugehört, vielleicht noch so hier bis zum Halsansatz. Und wenn wir das dann haben, dann können wir das Original, den Originalkopf auslöschen aus dem Live-Videostream. Ja, und dann nimmt man unser vortrainiertes neuronales Netz her. Und das macht dann Bob, einfach ein Harald Lesch drauf, ein Dirk Steffens oder was immer man auch haben möchte. Und das dann alles im Live-Video, ne? Und das alles im Live-Video, ganz genau. Und das jeweilige Gesicht des Nutzers, des Nutzenden, der gerade davor steht, der muss, das neuronale Netz muss nicht darauf vorbereitet sein, dass zum Beispiel du, Johanna, davor stehst oder ein x-beliebiger. Andere Besuchende eines zum Beispiel Museums, weil wir haben tatsächlich im Deutschen Museum Bonn das Ganze als, wie sagt man, Exponat dort stehen zum Ausprobieren. Ich bin ganz ehrlich, ich finde, das klingt ein bisschen gruselig. Also, natürlich, das ist auch das, worüber wir ja natürlich groß jetzt mal sprechen wollen. Das große Stichwort Gefahr und Manipulation, das liegt ja auf der Hand. Da wird uns was gezeigt, was einfach nicht echt ist. Wie groß ist denn die Gefahr wirklich? Ich persönlich halte die Gefahr insbesondere für Menschen, die vielleicht nicht an der sogenannten Bleeding Edge of Technology sind, die wirklich regelmäßig Podcasts hören, wie zum Beispiel euren oder die typischen IT-News-Seiten verfolgen. Für die halte ich es besonders gefährlich. Und ich möchte da gerne ein Beispiel bringen. Es war im Februar 2024. Da wurde jemand in einem Zoom-Meeting von zwölf Echtzeit-Deepfakes begrüßt. Und das führte zu einer Banküberweisung in Höhe von, wenn ich mich recht erinnere, 25 Millionen US-Dollar. Wow. Ja. Und ein ganz aktueller Fall war der CEO von Ferrari. Auch hier ging es wieder natürlich um irgendwelche Geldtransfers. Auch dort wurde wieder ein Deepfake benutzt. Und der CEO war geistesgegenwärtig und hatte den Manager, der das praktisch angefragt hatte, also diesen gefakten Manager gefragt, welches Buch hast du mir letztens nochmal empfohlen? Da haben wir doch darüber geredet. Und damit ist dann der Schwindel sozusagen aufgeflogen. Könnte man als eine schwache Form der Zwei-Faktor-Authentifizierung sehen, die praktisch ungeplant war. Aber diese Angriffe gibt es, die gab es und die wird es weiterhin geben. Und sie werden immer, immer schwieriger erkennbar. Zum Vergleich, wir können ja nicht nur Köpfe fälschen. Wir können mittlerweile aus sehr, sehr wenig Sprachmaterial auch Stimmen naturgetreu faken. Ich möchte da gerne eine kleine Anekdote erzählen, also wenn es erlaubt ist, über Audio-Deepfakes. Meine Kollegen haben ein Sprachsample genommen von mir, ungefähr 20, 30 Sekunden, und haben eine KI-generierte Präsentation laufen lassen, erzeugen lassen, wo ich allerlei Schmarrn erzähle. Ja, das war ein bisschen witzig, diese KI-generierte Präsentation. Aber sie hatte halt meine Stimme. Und das Witzige war, dass man meinen kleinen dialektischen Einschlag, den ich habe, den konnte man sehr gut raushören. Dieser künstlich generierte Vortrag war in deutscher Sprache. Und auf die Frage, womit habt ihr denn das trainiert, haben sie mir erzählt, ja, das Sprachsample, das haben wir aus einem Vortrag, den hast du auf der Defox UK in London gehalten. Und da habe ich gemeint, ja, Moment mal, aber der war doch in englischer Sprache. Ja, und? Ja, und dann habe ich halt, also da war ich ja völlig perplex. Ja, habe ich natürlich auch meinen Eltern mal gleich erzählt, dass wenn irgendjemand hektisch anruft und behauptet, mir ging es nicht gut oder sonst irgendwas. Ja, das sind nämlich die nächsten Beispiele, die mir kamen. Weil deine waren natürlich sehr groß, dort, wo dann Millionenbeträge zu holen sind. Richtig, richtig. Aber brechen wir es mal auf das Kleine runter. Zum Beispiel, ich denke so an die Ausweis-ID oder auch an Enkeltrickbetrüger, die anrufen. Ja, absolut. Das geht ja in jede Richtung. Also du hast eben schon gesagt, so eine Art Codewort. Ich finde, im ersten Augenblick schmunzle ich da ein bisschen. Muss man so ein bisschen drüber lachen, wenn man jemanden anruft und sagt, okay, nenn mir das Codewort. Ja, es ist wirklich das letzte Buch, das ich gelesen habe. Aber der Hintergrund ist ja schon ernst. Also kann man vor sowas sicher sein? Oder was sind deine Tipps, wie man sich vor sowas schützen kann? Naja, also wenn sich etwas falsch anfühlt oder komisch anfühlt, merkwürdig anfühlt, dann ist es das wahrscheinlich auch. Und dann ist es natürlich legitim, einfach nochmal sich rückzuversichern, dass vielleicht man nochmal eine Frage stellt, die typischerweise nur die eine Person kann. Man muss ja nicht damit beginnen, nennen wir das Codewort oder so. Aber wenn sich was fishy anfühlt, merkwürdig anfühlt, dann ist das vielleicht auch ganz gut, wenn man mal so eine Frage stellen kann, wo die Antwort halt nicht typischerweise jeder weiß. Bei Deepfakes ist es aktuell so, also die jetzt im Videostream live funktionieren, da gibt es jetzt aktuell noch die Möglichkeit, das Gegenüber zu fragen, ja nimm doch mal deine Hand und streich mal mit der Hand, wisch mal mit der Hand von unten nach oben übers Gesicht, sodass die Hand kurzzeitig mal zwischen Kamera und Gesicht ist. Weil dann würde diese Gesichtserkennung und alles brechen und dann würde man ganz komische Verzerrungen sehen und dann könnte man halt relativ schnell und sicher feststellen, ha, okay, das scheint ein Deepfake zu sein im Videostream. Aber auch hier die Warnung, das ist eine aktuelle Limitierung. Das kann in fünf Jahren hinfällig sein, diese Limitierung. Oder vielleicht sogar auch früher. Das wissen wir nicht. Das heißt, wir müssen eigentlich mit der Technik mitgehen und unsere Schutzmechanismen auch weiterentwickeln. Richtig. Ich war gerade ein bisschen froh, dass du, als du das gemacht hast, du hast es ja eben gemacht, wir sehen uns ja auch, dass das da alles gut gegangen ist. Ja, genau, richtig. Ja, genau. Und bei, was haben wir jetzt nochmal, Audio-Deepfakes war ja auch noch das Thema gewesen. Ja gut, da kann man natürlich dann entsprechend spezielle Fragen stellen. Was hat man jetzt noch gehabt? Die Ausweis-ID zum Beispiel, genau. Das wäre aber so ein Fall, wo es dann eben, wo nachgerüstet werden muss. Also ich meine, die Person am anderen Ende, die dich begutachtet, wenn du mal nach links und rechts guckst, die stellt dir natürlich keine persönlichen Fragen. Ja, tatsächlich habe ich ein Video-Ident-Verfahren gemacht vor ein paar Jahren. Und ich meine, das war gewesen, noch bevor wir unseren ersten Echtzeit-Deepfake gezeigt haben, also entwickelt haben, wo er fertig war als Prototyp. Und ich meine, da wurde ich schon beim Video-Ident-Verfahren gefragt, mal zur Seite zu schauen oder mal mit der Hand übers Gesicht zu wischen. Das fand ich sehr spannend, dass die da auch schon so weit waren. Aber es bleibt abzuwarten, wie es sich weiterentwickelt. In diesem Jahr hat ja da auch noch ein anderes Thema besondere Relevanz, und zwar die Wahlen in den USA. Wie schätzt du da die Rolle von Deepfakes ein? Ja gut, also inwieweit die Deepfakes in den USA eine Rolle spielen, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich würde es generell nicht ausschließen, dass die ein oder andere Missinformation, Fake News generiert wird, um bestimmte, ich nenne es jetzt mal, Informations-Bubbles in die Irre zu führen. Ich versuche es mal neutral auszudrücken. Aber zum Beispiel für den indischen Wahlkampf, da gab es definitiv Leute, da wurden auch Zeitungsartikel veröffentlicht in Online-Medien, wo Menschen interviewt wurden, die tatsächlich kommerziell Deepfakes erzeugt haben für den politischen Wahlkampf in Indien. Also gerade auf TikTok zum Beispiel, Instagram, Facebook ja auch, gibt es ja schon sehr, sehr viele Videos, die erkennt man schon. Aber es wird immer schwieriger. Und dann geht es ja nicht nur in diese Richtung, in die Richtung Fälschung, sondern auch in die andere Richtung. Also zum Beispiel einen Deepfake als Ausrede zu nutzen, wenn ein wahres Video dann als Fälschung bezeichnet wird. Also wenn man das Ganze mal umdreht, haben wir ja auch ein Problem. Genau. Dieses Problem existiert leider in beiden Richtungen. Und das würde mich jetzt tatsächlich schon auf das Thema bringen, ja, gibt es denn eine Software, die uns helfen könnte, Deepfakes zu entdecken? Und ja, im Jahr 2019, 20, da waren wir noch der Auffassung, dass das in der Theorie möglich sein könnte, weil bestimmte Teile der Software, mit denen wir die Deepfakes erzeugen können, da kommt eine spezielle Technik zum Einsatz. Der ein oder andere KI-Kenner beim Podcast, dem sagt das vielleicht was. Generative Adversarial Networks heißt das Ganze. Und das kann man sich vorstellen wie ein neuronales Netz, ein Bestandteil eines Netzes, welches als Diskriminator sozusagen fungiert. Man gibt diesem neuronalen Netz sozusagen echte Bilder und gefälschte Bilder. Und der muss dann entscheiden, ist echt, ist gefälscht, ist echt, ist gefälscht. Dadurch kann man nämlich das Training wesentlich effizienter gestalten. Das geht dann einfach viel, auch generell viel, viel besser. Die Gesichter, die generiert werden, sind oder die Köpfe werden wesentlich glaubwürdiger. Und da hatten wir noch die Theorie, naja gut, diesen Garn, nennt man das abgekürzt, den könnte man ja eigentlich nehmen und dann einfach sagen, naja, der könnte doch das jetzt identifizieren, was gefälscht ist und was nicht. Aber das Problem ist, das funktioniert dann halt auch nur, mehr oder weniger auf unsere erzeugten Deepfakes. Würde man das jetzt wieder auf einen Echtzeit-Deepfake anwenden, der eben nicht auf Basis unserer neuronalen Netze basiert, dann könnte die Sache schon wieder ganz anders aussehen. Also was haben wir gemacht? TNG steht ja auch für Testen nicht glauben. In offizieller Abkürzung, kleiner Scherz am Rande. Und wir haben dann einfach mal Software runtergeladen im Internet, die von sich behauptet, sie könnte Deepfakes erkennen. Und das funktioniert gar nicht mal so gut. Also wir haben dann wirklich auch den Olaf Scholz Deepfakes von Political Incorrect oder wie die heißen. Das Zentrum für politische Schönheit, Entschuldigung, genau. Und die haben in Olaf Scholz Deepfake generiert. Wahrscheinlich haben sie Deepfake Lab benutzt, wenn ich mir die Qualität anschaue. Haben aber auch die Stimme mitgefakt. Also alles, das Komplettpaket. Und es sieht wirklich, wirklich gut gemacht aus. Also haben wir das genommen und haben das auch durch alle Softwareprodukte, die wir finden konnten. Ob das freie Produkte waren, Open-Source-Produkte. Wir haben alles durchgejagt. Das Beste, was wir finden konnten, waren 62 Prozent, wie sagt man, suspicious. Also zu 62 Prozent, der sieht es verdächtig aus. Und das war der höchste Ausschlag. Und jetzt meine Frage in die Runde, also auch an die Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen. Was bringt uns das, wenn wir eine Software haben, die uns nie sicher sagen kann, ist es jetzt wirklich fake oder eben nicht? Das bringt uns eigentlich überhaupt nichts. Weil irgendeine Seite kann dann immer noch sagen, ja, das ist ja nur 62 Prozent verdächtig. Also wo ist das Problem? Selbst wenn die Software sagen würde, es sieht zu 99 Prozent verdächtig aus. Ja, was ist es, wenn es genau das nicht ist? Dieses eine Video ist aber tatsächlich echt. Ja, dieses eine Prozent. Und dann haben wir diesen Ausschlag in beide Richtungen. In die Fake-News-Richtung und in die andere Richtung. Und das ist halt sehr, sehr problematisch. Die nächste Frage liegt eigentlich auf der Hand. Also wie erkenne ich denn dann Deepfakes, wenn schon Software nichts bringt? Ja, ja. Also aktuell kann man Deepfakes unter anderem mit diesem einen Trick erkennen. In Videokonferenzen, wie ich sagte, die Hand einfach mal vors Gesicht durchgleiten lassen und gucken, ob da irgendwas bricht. Ja, das wäre eine Möglichkeit, die relativ schnell geht. Ansonsten, die Hautdetails gehen teilweise verloren. Es gibt Verzerrungen bei bestimmten Mimiken, ja. Also man stellt sich vor, man hat Trainingsmaterial von einer Person, die nicht so oft lacht. Nehmen wir zum Beispiel Angela Merkel mal. Da kann es schon schwierig, also da kann ein Lächeln dazu führen, dass das neuronale Netz Schwierigkeiten hat, weil sie meistens gar nicht so viel lächelt. Es gibt viel, viel mehr Daten, wenn sie halt so diesen typischen neutralen bis Grumpy-Smile ein bisschen drauf hat. Ja, mal so salopp formuliert. Und die Zähne sind teilweise auch ein Problem. Also weil der Mund beim Reden auf und zu geht. Da könnte man natürlich, wenn man eine forensische Analyse macht, auch mal schauen, ändert sich vielleicht auch die Zahnstellung zwischen den einzelnen offenen Mündern sozusagen. Wäre auch eine Möglichkeit. Die Augen teilweise, die haben nicht so dieses typisch menschliche, die sehen manchmal so ein bisschen leer aus. Weil es sagt ja immer, die Augen sind die Spiegel der Seele des Menschen. Und das kann auch ein Hinweis sein, wenn die irgendwie so komisch, so glasig vielleicht auch ausschauen, je nachdem unter welchen Bedingungen das Trainingsmaterial erzeugt wurde oder mit was es trainiert wurde. Also generell bei auffälligen Mimiken, also bei übertriebenen Mimiken, dass da auch irgendwelche komischen Verzerrungen auf einmal auftreten. Auch im Randbereich des Kopfes ist es immer mal wieder gut hinzuschauen. Weil wir haben ja, ich habe ja gesagt, bei uns wird ja der Originalkopf weggelöscht. Damit der nicht übersteht, falls ich mal einen schmaleren Kopf draufsetze. Da kann es auch Artefakte am Rand des Kopfes geben. Aber es gibt immer noch eine Sache, die man beachten muss. Wenn ich meinen Echtzeit-Deepfake habe und der geht durch das Netz, durch die verschiedenen Komprimierungsverfahren in Videokonferenzen, da geht halt sehr viel Information verloren durch die Komprimierung. Und das hilft natürlich qualitativ nicht so ganz, ganz tollen Echtzeit-Deepfakes, verhilft das dann, eine gewisse Glaubwürdigkeit wieder zu gewinnen. Weil das sieht man auf der anderen Seite gar nicht so gut. Ja, das stimmt. Das ist das nächste Ding. Also auf die Details achten, ist eigentlich das Einzige, was man für uns so sagen kann, für uns Normalverbraucherinnen und Verbraucher, die drauf gucken. Was hältst du denn von politischer Regulierung? Was hältst du, glaubst du, dass das irgendwie sinnvoll wäre? Also vielleicht Content zu markieren mit irgendwie unsichtbaren Metadaten. Also bei realen Videos wäre es ja sinnvoll. Niemand würde ja sein Fake-Video automatisch mit unsichtbaren Metadaten kennzeichnen. Aber zumindest, dass wir erkennen können, was echt ist, wäre das sinnvoll? Also es hört sich erst mal sinnvoll an. Die Frage ist halt nur, behebt es das Problem? Also bei Lash's Cosmos damals war ja auch die Idee, vielleicht mit so einer Art, dass man eine Art Blockchain benutzen könnte, um Videomaterial zu authentifizieren und so weiter und so fort. Mit diesen Metadaten, die unsichtbar sind. Alles ist möglich, aber auf der anderen Seite muss man auch immer wieder sagen, Leute, die betrügen wollen, die werden es weiterhin tun und denen ist auch irgendeine Blockchain und irgendwelche unsichtbaren Metadaten vermutlich egal. Und das macht es halt alles so schwierig. Wie würdest du denn die Regierung beraten, wenn sie sich an dich wendet und sagt, hey, hast du mal eine Hilfe, wie wir hier reagieren könnten? Was wären deine Ideen? Meine Ideen, also das ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen, was da meine Ideen wären. Also wenn jetzt so eine Anfrage käme, würde ich die erst mal einladen und einfach mal zeigen, guckt mal an, so und so wird das gemacht. Das kann man, also das ist die Qualität, die wir aktuell haben. Man kann darüber fabulieren, extrapolieren, was wird denn in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Und da haben wir schon die Befürchtung, dass wir uns dem Fotorealismus auf jeden Fall annähern werden und dass vielleicht auch bestimmte Limitierungen nicht mehr funktionieren, also mit der Hand übers Gesicht, Streifen und so weiter. Und dass man dann einfach gemeinsam verschiedene Technologien auch mal erklärt, was kann man mit was verhindern und so weiter. Und dass man sich dann voranirrt, so wie es in der Wissenschaft ja typisch ist, und dann diskutiert. Also ich habe kein, wie sagt man, Rezept out of the box, wo ich sagen würde, das löst alle unsere Probleme. Dann hätten wir auch die krasseste Podcast-Folge, muss ich sagen. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, genau, richtig, genau. Also wir haben so viel jetzt gesprochen, auch über Gefahren und so viel Negatives. Die Technologie, du beschäftigst dich ja mit ihr, weil sie dir ja auch was Positives bringt. Sie kann ja auch Gutes. Was kann die Technologie denn Gutes? Also, das wird man natürlich auch oft gefragt. Ja, toll, jetzt habt ihr da an diesen Echtzeit-Deepfakes damals gearbeitet. Aber warum? Ich meine, gut, warum, das haben wir schon ein bisschen erklärt, dass wir damit an die Öffentlichkeit gehen wollten. Weil, ich sage es jetzt ganz ehrlich, als wir damals unsere Echtzeit-Deepfakes gezeigt hatten, öffentlich vorgestellt hatten, keine zwei, drei Wochen später hat ein Unternehmen aus Israel auch Echtzeit-Deepfakes vorgestellt. Das war aber halt zwei, drei Wochen nach uns. Ja, gut, die haben es, glaube ich, dann sogar unter Open Source gestellt. Ich weiß es nicht mehr genau. Was willst du machen? Also irgendjemand hätte es eh gemacht. Aber was können wir jetzt damit machen? Ich sehe hier ein ganz großes Potenzial in Hollywood. Oh ja. Bei der Filmproduktion sehe ich ein sehr, sehr großes Potenzial. Machen wir uns nichts vor. Retro ist geil und den einen oder anderen längst verstorbenen Schauspieler oder Schauspielerinnen vielleicht auch mal wieder auf die Leinwand zu holen, ist eine tolle Sache. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, Moment, das geht doch heute schon. Ja, aber es ist extrem teuer, weil wenn wir mit CGI arbeiten, das ist ein Aufwand, den kann man sich nicht vorstellen, mit was für Tricks und Technologien man da arbeiten muss. Man braucht einen Schauspieler, der wird dann mit solchen CGI, mit solchen Markern im Gesicht zugekleistert. Der kriegt dann eine spezielle Kamera auf sein Gesicht installiert und muss dann auch entsprechende Mimiken machen und so. Daraus wird dann ein 3D-Modell generiert und dann muss über 3D-Software das Ganze nachträglich am Rechner alles dann praktisch manuell manipuliert, verfeinert werden, damit es gut aussieht. Und das Schöne bei den Deepfakes ist, dass ein ganz großer Teil dieser Aufwände einfach wegfällt. Das heißt, wir verbrennen einfach nur noch sehr viel Energie, um diese Netze zu trainieren. Und man hat relativ schnell wirklich Ausgabequalität, die überzeugend ist, die wirklich qualitativ überzeugend ist. Und sie ist so überzeugend, dass LucasArts-Film einen bekannten YouTuber tatsächlich auch eingestellt hat. Der hatte vom Mandalorian, Star Wars Mandalorian, hatte der nämlich Deepfakes erzeugt, die mindestens genauso gut, wenn nicht sogar im Detail, wesentlich besser ausgeschaut haben. Da wäre ich sofort dabei. Ich würde ja auch noch was jetzt so von dem Schritt weiter gehen und sagen, das Premium-Paket bei Amazon und Netflix, wo du mitspielen kannst. Absolut. Also wenn ich den Ring nach Mordor bringen kann. Ja, genau. Bewegen wir uns jetzt einfach mal weg von Retro-Hype und solchen Sachen. Und wir bewegen uns in Selbstdarstellung. Instagram, Facebook. Ja, natürlich. Die Leute filmen sich dabei ab, wie sie ihre Alltagshandlungen machen, ob das ein Geschirrspüler einräumen ist oder Blumen kaufen, was weiß ich. Aber natürlich. Ich meine, du hast ein spezielles Abo, du drückst einen Knopf und dann kannst du dir den aktuellen Terminator-Film angucken mit dir als Hauptcharakter. Vielleicht sogar mit deiner eigenen Stimme. Das wäre ja mittlerweile auch möglich. Wie viele Jahre gibst du uns, bis das kommt? Ich kann mir schon vorstellen, dass wir innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre solche Produkte unter Umständen sehen könnten. Das ist eine vorsichtige Schätzung. Ich möchte mich da, wie gesagt, auf gar keinen Fall festlegen. Vielleicht geht es noch viel, viel schneller, als ich jetzt vermutet habe. Was glaubst du, wo könnte das noch zum Einsatz kommen? Ja, da würde ich tatsächlich einen echten Fall jetzt nehmen von einem unserer Kunden. Die haben nämlich gefragt, du sag mal, wir würden gerne eine datenschutzrecht, rechtskonforme Videoüberwachung haben. Was bedeutet das? Na, die Idee war irgendwie, dass man eine Videokamera hat, die überwacht irgendetwas und dass man praktisch die Persönlichkeitsrechte der Menschen sozusagen schützen kann. Wie macht man das? Naja, die KIs können ja heute wunderbar ganze Menschen erkennen, Menschengruppen, Gesichter, alles erkennen. Und warum diese Segmentierung, die wir bei den Deepfakes benutzen, warum diese Segmentierung, die nur auf dem Kopf funktioniert, auf den ganzen Körper anwenden? Und das haben wir gemacht. Das heißt, wir haben eine KI trainiert, die Software läuft direkt auf der Kamera und die Menschen werden anonymisiert angezeigt in diesem Videostream. Jetzt fragt ihr euch natürlich, die Zuhörer und Zuhörerinnen fragen sich jetzt, ja, was bringt mir dann die Überwachung? Naja, in dem Moment, wo vielleicht irgendwas Auffälliges passiert, zum Beispiel, keine Ahnung, wir sind in einer Industriehalle und eine Person liegt auf dem Boden und bewegt sich nicht. Könnte ein Hinweis sein, dass da was nicht stimmt. Dann drückt dann der Security-Pieramt den Knopf, kriegt eine Freigabe und man kann dann das echte Bild sehen. Findet das jetzt schon Anwendung? Das findet Anwendung, ja, tatsächlich. Schon mehrere Jahre tatsächlich. Was gibt es da für Feedback? Funktioniert es gut? Das funktioniert gut. Das funktioniert sogar so gut, dass wir diesen Fall erweitern können. Dass wir zum Beispiel sagen könnten, naja, lass das Ganze nicht nur auf Menschen laufen, sondern denken wir mal an sogenannte ISO-Projekte. Da geht es nämlich darum, um Geheimhaltung und da muss man sehr, sehr aufpassen, wer Gebäude betritt und dies und das und so weiter. Könnte man sogar so weit gehen auch sagen, zu sagen, man könnte auch generell alles, was nach Bildschirmen aussieht oder so, einfach komplett anonymisieren. Ohne, dass man es auch freigeben dürfte und so weiter, um eine gewisse höhere Geheimhaltung vielleicht auch zu ermöglichen. Das heißt, die Technologie, die uns teilweise ein bisschen unsicherer macht, kann uns aber auch sicherer machen. Absolut. Das ist wie immer ein, es ist wie immer das Dual-Use-Dilemma. Das Dual-Use-Dilemma ist gerade im Bereich der KI immer wieder anzutreffen. Es kann verdammt tolle Sachen machen. Es kann aber auch verdammt schlechte Sachen machen. Vielleicht zum Ende hin kann ich dir noch eine philosophische Frage, vielleicht passt das ja da richtig gut rein, mal stellen. Was macht denn das mit uns? Was glaubst du? Also du schaust ja jetzt durch deinen Kamera-Feed vielleicht und schaust Dinge an, die wirklich passiert sind. Es gibt zum Beispiel auch schon eine Funktion, glaube ich, Google hat das jetzt angekündigt für sein Handy, dass du ein Foto machen kannst von einer Person. Dann tauschst du das Handy, stellst dich dorthin, wo die Person stand und dann fügt das Bild euch zusammen. Dann brauchst du niemanden Drittes, der ein Foto von dir macht. Aber der Moment ist ja an sich eigentlich gar nicht passiert. Wie weit gehen wir da? Wie weit wollen wir da vielleicht auch noch gehen, wenn die Medienlandschaft nicht mehr die Wirklichkeit widerspiegelt? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das Problem haben wir im Prinzip jetzt schon und eigentlich auch schon viel länger. Es gibt eine Studie vom MIT aus dem Jahr 2018 und da wurde überprüft, da wurde analysiert, ja wie viel künstlich generierten Text-Traffic, von Bots erzeugten Traffic haben wir eigentlich. Und die Frage könnte ich jetzt mal so als Schätzfrage an dich ja übergeben. Was würdest du jetzt glauben, wie viel KI-generierten Content gab es im Jahr 2018 ungefähr? Oh Gott, wenn du mich so fragst, war es bestimmt richtig viel. 30. Das wäre schon richtig negativ. Da bist du aber schon echt auf dem richtigen Weg. Also man sprach damals von 50 Prozent generiertem Content im Jahr 2018. Das ist natürlich schon eine harte Nummer. Genau. Und aktuell, es gibt noch andere Studien, die auch ein bisschen aktueller sind. Ich meine, die war von Minerva. Die spricht jetzt schon von 70 Prozent. Und da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Der Generative-AI-Hype, der aktuell stattfindet oder jetzt fast am Platzen ist möglicherweise, das wird sich zeigen in den nächsten Wochen und Monaten. Diese generative KI, die führt wahrscheinlich dazu, dass wir bis Ende des Jahrzehnts weit über 90 Prozent KI generiert haben, wenn nicht sogar 99 Prozent. Wahnsinn. Vielleicht bringt das ja aber auch so einen Gegentrend mit sich. So ein Aufschwung hat ja meistens immer so Gegentrends. Vielleicht sollten wir in analoge Kameras investieren jetzt. Es könnte passieren, dass vielleicht eine Art alternatives Internet entsteht oder sowas. Das ist halt die Frage. Es kann natürlich keiner beantworten. Es gibt Theorien, welche natürlich eintritt. Bleibt offen. Perfekte Überleitung von dir, Martin, zu unserer letzten Frage für heute. Was glaubst du denn, mit so einem Blick in die Zukunft gerichtet, wie wird sich die Technologie gerade auch so im Bereich der Deepfax in den nächsten fünf bis zehn Jahren denn entwickeln? Die wird sich weiterentwickeln. Die wird immer besser werden. Sie wird immer überzeugender werden. Die Limitierungen werden Stück für Stück auch verschwinden. Und möglicherweise wird diese Technologie auch noch einfacher zu benutzen, sodass es zum Beispiel auch Länder, die ein großes Interesse haben, Deepfax auch für die Kriegsführung auszunutzen, dass die dann halt auch die selbst besser erzeugen können. Wir denken an den Deepfake von Zelensky, der auf eine ukrainische Newsseite hochgeladen wurde, wahrscheinlich von russischen Hackern und Hackerinnen. Und der war halt einfach schlecht. Da sieht man richtig, also man sah eigentlich, mit was sie es trainiert haben. Also Deepfax Lab wahrscheinlich sehr sicher. Und sie haben es halt einfach nicht lang genug trainiert. Das war wirklich, das konnte man so gut sehen. Aber das wird auch für diese Hersteller oder Herstellenden immer wahrscheinlicher, dass die das dann auch besser machen können zukünftig. Zwei Seiten einer Medaille, du hast es vorhin gesagt. Ja, und ansonsten, ich rechne schon damit, dass das, wie gesagt, Filmproduktion auf jeden Fall, also das muss ja gut werden, weil die brauchen ja dann, die können ja da nicht mit irgendwelchen Halbseiten, Halbgarnenzeug dann da ankommen. Ja, und vielleicht wird es auch für die Regisseure auch nochmal interessant, wenn die schon beim Filmen den Eindruck gewinnen können, wie der spätere Deepfake dann aussehen wird. Das heißt, vielleicht würden die da so eine vorberechnete Version sehen, also so eine Art Echtzeit-Deepfake, ja. Aber in den Hollywood-Studios würde man dann halt einfach das entsprechend mit dem Post-Processing-Ansatz machen, der immer besser ist als der eine, der in Echtzeit geht. Aber vielleicht hat der Regisseur da ein Werkzeug und kann schon mal ungefähr gucken, ah, so sieht das dann aus, geil. Und die andere Form der Deepfakes, es ist jetzt halt kein Deepfake, aber das ist dann halt das sogenannte Text-to-Video oder Bild-to-Video, gibt's auch. Die Eingabe von Text führt dazu, dass ein Video generiert wird. Damit könnte man auch in Anführungsstrichen Deepfakes generieren. Das sind jetzt halt nicht das, was man typischerweise Deepfakes nennt. Aber das ist das, was die generative KI heute schon kann. Und da kann man halt, was weiß ich, einen schuhplandelnden Obama erzeugen. Oder sonst irgendwas. Also etwas, was ein Politiker oder eine Politikerin in der Öffentlichkeit nicht machen würde. Wahrscheinlich nicht machen würde. Wahnsinn. Ja, Innovation passt ja auf jeder Ebene. Ja, genau, richtig. Ansonsten kann ich nur noch sagen, wir müssen die Welt jetzt nicht ganz, ganz dunkel sehen, weil die KI da ist. Wahrscheinlich sind wir auch durch Hollywood ein bisschen geprägt, durch Filme wie Terminator haben wir eher so ein Sentiment in uns, dass KI uns nicht wohlgesonnen ist. Das muss nicht so sein. Und ich rechne halt auch damit, dass diese Werkzeuge Text zu Video also massiv besser werden. Die entwickeln sich ja jetzt aktuell auch in eine ähnliche Richtung, wie es bei Text to Image war. Also man gibt einen Text ein und es kommt ein wirklich überzeugendes Bild raus, was man schon fast nicht mehr erkennen kann, ob das jetzt gefälscht ist oder nicht. Und das wird natürlich auch bei Text to Video kommen. Und was ich jetzt sagen möchte ist, wir sollten einfach mal überlegen, wie das damals war, als Photoshop rauskam. Wenn wir heute den Leuten ein TV-Magazin hinhalten, wo unglaublich attraktive Menschen abgebildet sind, ist für einen Großteil der Bevölkerung heutzutage schon klar, dass das kein echtes Bild mehr ist. Dass die da so extrem aufgehübscht und wie auch immer sind, dass es im Prinzip mit der Realität ja gar nichts mehr zu tun hat. Und wenn wir es schaffen halt, die Gesellschaft darauf vorzubereiten, dass sowas ähnliches halt auch bei dieser Deepfakes-Thematik ins Spiel kommen könnte, dann haben wir eigentlich schon mal vielleicht auch einen wichtigen Schritt getan. Aber natürlich ist irgendwo eine Gefahr, dass es ausufert. Aber das finde ich eigentlich ein ganz schönes Schlusswort von dir, Martin. Ich danke dir für das sehr, sehr, sehr spannende Gespräch. Dankeschön. War schön, dabei zu sein. Danke.